Eine Testreise ist ein Garant für eine erfolgreiche Auswanderung oder zumindest der Umkehrschluss, wer keine Testreise macht, wird mit einer deutlich größeren Wahrscheinlichkeit floppen. Das gilt es zu verhindern, deswegen ist eine Testreise wichtig und ich habe heute meinen Lieblings-Ko-Moderator, den Frank O. Reis, live aus Bosnien zugeschaltet zu unserem heutigen Hausabend und wir haben heute ein Cross-Interview. Wir tauschen unsere Gedanken aus zum Thema Testreise. Hallo Frank. Grüß dich Roman, danke für die Einladung, ich freue mich. Frank, du bist nach Bosnien gekommen. Die Geschichte, wie das alles passiert ist und wie das Universum sich gerufen hat, haben wir schon in einem anderen Interview. War das in deinem Falle Fügung oder war das schon so ein bisschen Testreise? Nee, das war sowohl als auch. Also ich habe ja gesagt, wenn es mir dort gefällt in Bosnien, also ich hatte fünf Tage Aufenthalt hier im September 2014, wenn es mir dort gefällt, dann gehe ich da, weil ich wollte mal ein halbes Jahr im Ausland arbeiten, ein halbes Jahr, ja, dann gehe ich da hin und arbeite von dort aus und als ich dann da war, wollte ich gar nicht mehr weg. Und bei mir fiel damals das Wort Auswandern nicht einmal. Das war, ich war dann im September hier, dann war ich zu Weihnachten war ich da, dann war ich irgendwie nochmal im Januar, Februar glaube ich hier und Ende Februar war ich dann schon dauerhaft hier unten. Liebe Zuschauer, wir haben euch drei Regionen mitgebracht, nämlich einmal eine Ostseeumrundung, das war meine Testreise, dann Bosnien, was Frank und ich gemeinsam empfehlen als Ort für eine Testreise, da sind wir uns völlig einig. Und natürlich Südamerika, wo ich mittlerweile hängen geblieben bin, im positiven Sinne. Ja, und da fangen wir mal an, Frank, mit deinem Einverständnis, dass ich erstmal etwas in meine eigene Testreise über die Ostseeumrundung erzähle. Wunderbar. Und das hat sich im Juli und August 2020 abgespielt. Das war noch die Hochzeit der Pandemie, dass ich tatsächlich darauf eingestellt war, vielleicht muss ich von dort aus irgendwie Flughafen Oslo aus der EU raus und dann komplett nach Südamerika. Ich war mir schon damals nicht sicher, ob ich wiederkomme. Und stell dir vor, Frank, wäre ich tatsächlich im Uhrzeigersinn und nicht gegen den Uhrzeigersinn um die Ostsee gefahren, man hätte mich durch einige Grenzen nicht mehr durchgelassen. Also da hatte ich Glück. Ich bin mit dem Auto losgefahren, Polen, Litauen, Lettland, Estland mit der Fähre von Tallinn rüber nach Helsinki, von Turku mit der Fähre nach Stockholm. Da hatte ich meinen 40. Geburtstag, ein Gläschen Rotwein von 19 Euro oder so. Mit dem Auto die ganze Küste wieder runter von Stockholm über Istadt, Malmö und ganz vieles dazwischen über die Brücken nach Dänemark und dann auf dem Festland Lenzburg war ich völlig entsetzt, dass die die Scheiße mit den Masken immer noch gemacht haben. Nach zwei Monaten dieser Wart, das gibt es hier immer noch. Ja, und dann über Kiel, Schwerin, zurück nach Deutschland. Und ja, gerne kann ich das auch mal zeigen auf der Karte Ostsee. Ich denke, Ostsee ist jetzt für die meisten von uns etwas griffiger und im geistigen Auge schneller als so manche Länder, die wir ansonsten haben, aber bleiben bei uns ruhig treu und zeigen auch hier eine Karte. Ja, hier ging es dann los durch Polen, Litauen, Riga, Tallinn, die Inseln, Helsinki, Turku. Ja, so ist es tatsächlich besser nachzuvollziehen. Und dann bin ich hier herunter und dann wieder zurück nach Dresden. Ich habe das alles mit dem Auto gemacht und dort mir schon gesagt, wenn das funktioniert, wenn ich hier mit der Suche nach einem LTE und einem 4G, um darüber mit dem Laptop und mit dem halbleeren Akku da irgendwie Strom zu finden, wenn das funktioniert, ja dann funktioniert es von Airbnb und Hotelzimmer aus in Südamerika erst recht. Es war aber ein wichtiger Prozess zu mir. Ich muss dich mal kurz unterbrechen. Ich habe das ja beobachtet auf Facebook. Du hast es ja echt geil in deinen Storys auch geteilt und ich finde einfach, dass du da einfach brutal auch die Wahrheit erzählt hast. Wir alle kennen die Bilder von digitalen Nomaden am Strand mit dem Laptop arbeiten, gestellte Bilder und du hast gesagt, hey, hatte ich auch vor, aber man sieht ja gar nichts, wenn die Sonne blendet. Ja, also total genial. Eine kleine Korrektur. Tatsächlich habe ich es zeitversetzt gepostet, weil ich mir damals Sorgen gemacht habe, dass wenn ich dokumentiere, dass ich meinetwegen in Schweden bin, dass ich dann nicht mehr reingelassen werde. Ich habe die Reise Tag für Tag nachberichtet, als ich dann schon weg gewesen bin, also als ich wieder in Deutschland war. Ja, deswegen live ist es nicht. Aber ja, die Texte habe ich tatsächlich vorgeschrieben und dann gepostet am Rande. Cool. Mega. Es ist wichtig gewesen für mein Mindset, um zu sagen, ja, ich kann das. Es ist wichtig gewesen für mein Business, dass ich auch für mich den Beweis hatte, ja, ich kann online arbeiten. Und das Abgefahrenste, ich hatte den Beweis, dass das meinen Kunden nicht nur egal war, dass die das auch großartig finden. Die haben sich mitgenommen gefühlt, als hätten sie selber einen Urlaub und mich dann immer gebeten, dass ich die Kamera anmachen soll und zeige doch mal das Meer im Hintergrund. Und ja, meine Erwartungen waren weit übertroffen. In den Ländern, wo ich unterwegs war, hat Englisch gereicht. Und deswegen ist das eine Testreise für Anfänger. Was hätte da bitte schön groß schief gehen können? Ja, allenfalls, dass sie dir irgendwas aus dem Auto klauen, was in Deutschland genauso passiert. Wir empfehlen Bosnien als Location für eine Testreise. Ich könnte es jetzt selber begründen, aber habe schon genug gesprochen, Frank. Warum Bosnien für eine Testreise? Ja, zum einen oder zum ersten ist, du kannst die Testreise bequem mit deinem Pkw machen oder auch mit dem Flugzeug hier runter zu fliegen, je nachdem, wo du bist. Du bist in zwei Stunden hier, mit dem Auto kannst du in acht bis zehn Stunden hier sein, je nachdem, von wo du kommst, wo du hin möchtest. Also die Nähe zu Deutschland ist einfach ein wichtiger Grund. Der zweite Punkt ist, es ist ein Drittland, also ein Entwicklungsland im positiven Sinne gesehen. Es ist sicher hier, aber du bist außerhalb der EU. Ja, das bedeutet, wir haben hier keinen Euro und die Leute sprechen hier, ja, es sprechen viele Deutsch und Englisch, was schon weiter hilft. Aber wenn du auf so einem kleinen Dorf bist oder so, da sprechen die halt nur Bosnisch. Genauso wie in Südamerika in den kleinen Dörfern sprechen sie nur Spanisch, ja. So. Und das Dritte ist, ich meine, das kennt ihr alle, ihr bucht eine Pauschalreise. Das hat nichts mit Auswandern zu tun, ja, das hat was mit Neckermannreisen oder was auch immer zu tun. So, hier kannst du halt das wirklich unter realen Bedingungen kannst du es testen. Du buchst dir hier eine Nacht, zwei, drei Nächte, von mir aus mit Flughafen und so weiter. Und dann kannst du unter realen Bedingungen testen, wie ist denn das Einkaufen hier, wie finde ich mich zurecht? Und wo schlafe ich die nächsten drei oder fünf Nächte? Das hat Riesenvorteile und du bist innerhalb von zwei Stunden, kannst du wieder in Deutschland sein, im Flieger von Sarajevo oder Mosta aus. Jawohl. Oder Tuzla, Tuzla, besser gesagt, genau. In Skandinavien oder im Baltikum, wo jeder Englisch spricht, da ist das, da kann man nicht wirklich von einer Erweiterung der Komfortzone sprechen. Die Kultur ist immer noch der Deutschen sehr, sehr ähnlich. Man kann jetzt bei der dänischen, schwedischen Kultur nicht davon sprechen, dass da irgendwas jetzt so wahnsinnig anders wäre. Und deswegen, ich lege ja auch zu sagen, innerhalb der EU umzuziehen, das ist nicht auswandern, das ist umziehen. Das ist keine Testreise. In Bosnien, da wirst du erstmal nichts verstehen. Das ist eine ganz andere Sprache und die kannst du dir auch nicht irgendwie ableiten. Wenn du etwas Schwedisch liest, dann verstehst du es in der Regel, so wie du auch Holländisch in der Regel verstehst. In Bosnien wirst du gar nichts verstehen. Einige sprechen Deutsch, Englisch, aber viele eben auch nicht. Da kannst du mal schauen, wie es sich anfühlt. Die Kultur ist eine andere. Die nordische Kultur, das ist die westliche Kultur. Das ist strukturiert. Das ist so quasi wie zu Hause sein. Frank, Bosnien, ist es strukturiert? Ist es wie gewohnt? Offiziell ist es alles strukturiert und in der Wirklichkeit, es fängt mit Pünktlichkeit an. Viertelstunde später, wir sind im anderen Kulturkreis, Viertelstunde später ist pünktlich. Südamerika, wie viele Stunden sind da noch pünktlich? Zwei bis drei. Ja, so. Dann, es ist laut. Ja, wo ich den ersten Tag in Bosnien war, da war ich bei Einheimischen eingeladen. Da saßen ein paar Cousins und Cousinen mit ihren Tanten zusammen und haben gegrillt. Und es ist halt anders. Da haben alle durcheinander gesprochen. Jeder wollte der lauteste sein. Und zwei oder drei Handys liefen mit Musik bis Anschlag. Das ist halt, auch wenn du durch die Straßen gehst, das ist viel langsamer alles. Ja, also die Leute laufen langsamer. Wenn sie einen Bekannten im Auto sehen, dann halten sie nicht rechts irgendwo an, dass die anderen Autos der Verkehr laufen kann. Nee, da halten die mitten auf der Straße an, tauschen sich kurz aus. Das kann auch mal eine Minute gehen, bis das Hupen von hinten zu laut wird. Und dann fahren sie erst weiter. Es ist eine andere Kultur. Es hat andere Regeln hier. Die sind nicht besser oder schlechter wie in Deutschland. Die sind anders. Kannst du mit Deutschland nicht vergleichen. Und vor allen Dingen das Essen. Ja, also ich liebe gutes Essen. Das Essen ist, ich kann es nicht beschreiben. Das musst du ausprobieren hier. Wie ist es in Südamerika, das Essen? Naja, die Südamerikaner essen Fleisch mit Fleisch und ich das Gegenteil. Deswegen habe ich mir jetzt da nicht unbedingt den besten Kontinent als Vegetarier ausgesucht. Nun ist aber auch Südamerika ein relativ großer Kontinent. Und das Essen kann man hier nicht über einen Kamm scheren. In Argentinien hatte ich jetzt für mich das beste Essen, aber eher, weil es sehr europäisch ist. Und vor allem, weil sehr viele Italiener, also italienisch Stämmige in Argentinien leben. Deswegen habe ich mich da sehr wohl gefühlt. Die Südamerikaner sind sich einig und da möchte ich auch nicht widersprechen. Peru hat das beste Essen auf dem Kontinent, aber eben ja nicht mal so das beste aus Europa, sondern eigenes, authentisches Essen. Ein kolumbianisches Essen kannst du für mich vollkommen vergessen. Das ist Reis mit Bohnen und irgend so einem Tiergeschredderten. Und da habe ich jetzt, also das ist gar nichts für mich. Und Brasilien, naja, da mag ich das Konzept Buffet pro Kilo. Da könnte man auch sagen, all you can eat, das ist jetzt miteinander verwandt. Die haben halt riesige Buffets und die nimmst du, was du haben möchtest und du bezahlst Nachgewicht. Also verhungern wird man hier nicht. Essen ist hier in Ordnung. Vielleicht für euch aus der DACH-Region wichtig zu wissen, in vielen Ländern, und das ist sehr ähnlich in Südamerika, genauso wie hier in Bosnien, hier zählen andere Werte. Hier steht die Familie an erster Stelle und nicht die Karriere. Ja, das heißt, du findest hier, ich vermute in Südamerika ist das auch so, du hast hier kurz ganz, ganz wenige Alten- und Pflegeheime. Die Leute würden sich lieber einen Arm abschneiden, die würden lieber Selbstmord begehen, bevor sie ihre Mutter, ihren Vater, der sie großgezogen hat, im Altenheim abgeben. Hier ist es üblich, dass drei Generationen in engster Nachbarschaft, wenn nicht sogar in einem Haus zusammenwohnen. Ja, das heißt, wir haben hier komplett andere Wertesysteme. Roman, wie ist es in Südamerika? Ja, exakt dasselbe. Erst kommt die Familie, dann kommt nochmal die Familie, dann kommt die eigene Freizeit, das eigene Wohlbefinden, dann kommt eine lange Zeit erstmal gar nichts und dann irgendwie so als allerletztes kommt die Arbeit. Die Menschen hier haben das Arbeiten nicht erfunden. Es gibt den Spruch, arbeite um zu leben oder lebe um zu arbeiten. Ja, die leben für die Familie und das kommt im Arbeiten überhaupt nicht vor. Ja, aber das sind aber auch also die Dinge, das ist nicht falsch. Übrigens, wir Deutschen, wir können da mal ganz bescheiden bleiben. Denn vergleich mal unsere Arbeitsmoral mit den Koreanern oder Japanern oder Chinesen, da können wir mal ganz, ganz bescheiden bleiben. Wer von uns hat sich denn mal nicht irgendwie einen gelben Krankenschein geholt, weil wir am Abend vorher zu viel gefeiert haben? Das passiert denen in Asien nicht. Die sind ja sauer, wenn sie Urlaub machen müssen. Die wollen ja arbeiten. Und deswegen möchte ich auch immer so ein bisschen versensibilisieren, dass wir auf diejenigen, die das Leben noch mehr als wir genießen, herabschauen. Übrigens, Frank, heute startet mein Podcast, das passt jetzt überhaupt nicht zum Thema. Er heißt Raus nach Südamerika, habe ich noch gar nichts zu gesagt. Und ich komme da jetzt drauf, weil ich mir ja logischerweise meine ersten 15 Episoden jetzt am Wochenende nochmal angehört habe. Und da kommen dann nämlich auch diese Themen, auch das Thema Dating. Das ist so unterschiedlich. Ich gehe mit einem Mädel spazieren und nehme so eine Papiertüte, schmeiße sie Richtung Mülleimer und auf 50 Zentimeter Entfernung habe ich trotzdem nicht getroffen. Ich bücke mich, hebe die Tüte auf und schmeiße sie in den Mülleimer. Da scheißt mich mein Date zusammen, ob sie hier gerade den Müllmann gedatet hätte. Ob ich das vielleicht liegen lassen könnte und das nicht vor allen Leuten aufhebe. Es gibt hier Personal für sowas. In Deutschland, da würde ich die Frau zusammenscheißen, wenn du Müll auf den Boden schmeißt und die nicht aufhebst und in den Mülleimer tust. Hier ist es andersrum. Und da sind so viele Dinge in der Mentalität, die sind anders. Das Familie steht über allem. Und deswegen ist eine Testreise richtig und wichtig, mal in sich hineinzuspüren, wie fühlt sich das denn für mich an? Und bevor du jetzt rüberfliegst bis nach Paraguay oder Karibik oder sonst wo und dann merkst, boah, es ist mir zu laut, es ist mir zu unorganisiert. Die Straßenverhältnisse, der Verkehr, die Versorgungslage, wie es gibt nicht in jedem Geschäft Nutella. Wenn du da schon merkst, du bist auswanderungsinkompatibel und bleibst lieber in Deutschland und lässt dir hier einen Chip einpflanzen vom WEF und kassierst dein Bürgergeld. Wenn dir das lieber ist, dann kannst du das auch rausfinden bei einer Reise nach Bosnien. Da musst du nicht so weit fliegen. Wer sich an solchen Sachen in Bosnien stört, der muss es in der Karibik gar nicht erst versuchen. Genau. Oder du sagst es mit der Papierkugel, mit der Papiertüte und Mülleimer, dass mir sowas ähnliches passiert. Da war ich ganz frisch hier und bin mit meiner, also meine jetzige Frau Aida, heutige Frau, ist Bosnierin. Wir sind, der Wochenmarkt war gerade weg und da lag eine Paprika mitten auf dem Boden, eine grüne Paprika, als wäre die gerade frisch vom LKW oder aus einer Tüte gefallen. Und ich hebe die auf und sage, die nehme ich Benni mit. Also Benni, meine damaligen Kaninchen. Und da hat Aida mich auch zusammengeschissen. Wie kannst du Müll von der Straße aufheben? Wir werden später mal Kinder haben. Stell dir vor, die Lehrerin hatte ich gesehen. Also Riesendramatologie. Ja, ich habe sie dann auf Seite gelegt, ganz vorsichtig, dass sie jemand anders vielleicht noch verwerten kann. Das ist auch sehr ähnlich gewesen gerade. Da musst du aber auch zurückstecken können, weil da jetzt zu diskutieren, dass du Recht hast und dass die das falsch machen in ihrem eigenen Land. Das sind solche Dinge, das muss man erst mal lernen, da auch vom Ego runterzukommen. Bei mir ist es selber passiert. Ich habe am Anfang alles mit Deutschland verglichen. Das ist besser in Deutschland, das ist besser in Deutschland, das ist besser in Deutschland und so weiter. Könnte ich stundenlang so fortführen, wird nicht spannend. Du darfst nicht vergleichen, du bist woanders und woanders ist es anders, sonst wäre es ja wie in Deutschland, weil der typische Deutsche, erzähl mal Roman, mit die Leute, die ihren kompletten Hausrat mit nach Südamerika nehmen. Ja, und vor allem ist das auch der beste Weg, dir die Einheimischen zum Feind zu machen, wenn du sie belehrst, was du alles besser kannst. Das ist so auf der Hassliste, ist das ganz, ganz oben, den Leuten die Welt erklären zu wollen. Ja, tatsächlich gibt es Leute, die möchten ihr Haus, ihr ganzes Leben einmal rüber beamen nach Paraguay, bitte nur mit wärmerem Wetter. Am liebsten soll das Haus genauso aussehen, da wird noch der Küchenmixer und Omas Tischdecke, das wird alles mitgenommen im Container, bis man dann hier erstmal feststellt, wenn überhaupt alles gut angekommen ist, dass es deutlich günstiger gewesen wäre, die Sachen hier selber neu zu kaufen. Als würden die Menschen hier in einem Erdloch leben und nichts haben. Und auch das wird oftmals falsch gemacht. Und solche Dinge, das sieht man wundervoll bei einer Testreise. Ich habe so einen Seerucksack gehabt. Ich tue mich jetzt schwer, das von der Menge her zu quantifizieren. Aber ich sage mal, früher im Neckarmann-Urlaub, mein Koffer war größer als das, was ich bei der Testreise dabei hatte. Und selbst davon habe ich so vieles gar nicht gebraucht. Du wirst merken bei der Testreise mit wie wenigen Sachen du lebst und vor allem glücklich bist. Alles kann man waschen. Solche Dinge wie Socken kann man auch mal neu kaufen. Und du brauchst nur ganz, ganz wenig. Wer loslässt, hat beide Hände frei. Ja, Frank, Bosnien, lass uns was mal in Phasen aufteilen. Wie würde eine Testreise denn aussehen können? Unser Zuschauer auf dem YouTube-Kanal, Max Mustermann, sagt jetzt, okay, gute Idee. Ich will in die Karibik, aber vorher mache ich das mit dem Bosnien. Denn das klingt ja gar nicht so falsch, was die beiden sagen. Was ist Schritt 1? Ja, also ich würde mich entscheiden, ob ich Flugzeug nehme oder Auto. Für eine Testreise würde ich wirklich das Auto verwenden. Ja, oder halt mit dem Flieger und dann vor Ort einen Leihwagen mieten. Das ist genauso günstig wie in Deutschland. Eine Woche Leihwagen oder sowas in der Art oder zwei Wochen. Und das würde ich von Deutschland aus buchen. Unter deutschen Geschäftsbedingungen und so weiter würde ich das Flug- und auch Leihwagen aus Deutschland heraus buchen. Das ist, da habe ich noch nie was Negatives gehört. International Flughafen Sarajevo vielleicht als Anlaufpunkt nehmen. Ja, und dann Bosnien hat drei Regionen. Wir haben Nordbosnien, Mittelbosnien, wo auch Sarajevo ist. Und Südbosnien, das ist die Region Mosta. Und die Region würde ich mir anschauen. Bei Mosta, da hast du mediterranes Wetter, mediterrane Bewachsung auch. Und Nordbosnien hast du halt fast nur Grün und fast nur Wälder. Mittelbosnien hast du eine hervorragende Infrastruktur. Und dann würde ich mir das mal an der Landkarte anschauen. Und ich würde dir empfehlen, Übernachtungen dann eher in kleineren Städten zu buchen, wie hier in Visoko zum Beispiel. Und mir einfach verschiedene Ziele, touristische Ziele vielleicht auch auszusuchen, die zu sehen und erleben. Und dann einfach ganz normal am Alltag daran teilzunehmen. Ja, Kontakt mit Einheimischen aufzunehmen. Da rennst du auf jeden Fall auf eine Tür rein. Die Leute sind mega gastfreundlich, die sind herzlich, die laden dich gerne auf einen Kaffee ein. Und viele, 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 das habe ich gehört, die scheuen deswegen der Sprache. Ich sage dir beim Auswandern, die Sprache ist in erster Linie bei so einer Testreise nebensächlich. Ja, ich empfehle dir, lern bitte, lerne danke und lerne, ja, Jelem, ich möchte oder ich wünsche, heißt das übersetzt. Und dann zeigst du vielleicht auch irgendwelche Bilder. Ja, oder zeigst, hey, Körpersprache, ich möchte trinken. Ja, ja, Jelem, oder ich habe Hunger. Ja, damit kommst du zurecht und da wird dir immer geholfen werden. Ja, es geht bei der Sprache vor allem darum, die Herzen zu öffnen. Und deswegen sind eben solche Wörter, bitte, danke, die üblichen Höflichkeitsfloskeln, die sind viel wichtiger als alles andere. Und die Technik ist mittlerweile so weit, dass man hier mit einem trivialen Handy, mit einem Google-Übersetzer kann man so viel machen in diesen Zeiten. Ich nutze iTranslate und wenn ich jetzt reinspreche hier in deutscher Sprache, ich möchte gerne zwölf Bier trinken, Punkt. Und dazu drei Flaschen Wein, Punkt. Ein Glas reicht. Dann kommt das im Spanischen. Dann kommt so etwas und der spanische Kellner würde sagen, En serio? No quieres tres copas y una botella de vino? Ich kriegst keine drei Getränke und eine Flasche Wein. Das ist alles möglich mit dieser Übersetzungs-App. Und du musst so ja nur demjenigen das Gerät hier vor dem Kopf halten und du kannst mit dem sprechen. Ja, herzlich willkommen in 2023. Und das ging schon vor drei Jahren. Deswegen Sprache lernen wird überbewertet. Schau eher, was es mit dir macht. Achte auf deine Gefühle. Natürlich heißt es jetzt nicht zwingend, dass, wenn du dich jetzt in Bosnien schlecht fühlst, dass dir auch andere Länder nicht gefallen werden. Oder genauso kann es auch sein, dass dir Bosnien super gut gefällt. Und es sind ja immer noch unterschiedliche Kulturen und Mentalitäten und Klimazonen und überhaupt. Aber du bekommst ein grundsätzliches Gefühl dafür. Ebenso das Preisniveau. Ich wiederhole, ein Glas Wein an meinem Geburtstag. Fucking 19 Euro. Und hier gestern beim Japaner habe ich für meine Flasche 35.000 4,20 Euro bezahlt. Für eine Flasche, nicht für ein Glas. Da habe ich nicht mal ein Bild von. Schade. Aber hier, das ist dann das Essen. Zack. Hier, mein Dofu-Zeug. Und hier, die anderen hatten richtige Sushi. Und so eine Riesenplatte, die war auch nur irgendwie 13 Euro. So eine Zwei-Personen-Platte. Ich weiß nicht, was Sushi mittlerweile in Deutschland kosten. Ja, also ich will sagen, Skandinavien, wundervoll, total hübsch, die ganzen Seen und so, ist prima. Da musst du deutlich mehr Geld haben. In Bosnien, da kannst du deine Miete in Deutschland laufen lassen. Und obwohl du einen ganzen Monat in Bosnien bist, hast du wahrscheinlich unterm Strich immer noch weniger bezahlt. Als mit deinem ganz normalen Leben in Deutschland. Frank, wie lange sollte eine Testreise sein? Das kann ich schlecht einschätzen. Schau, ich war fünf Tage hier, habe mich in Land, Kultur und Leute verliebt. Ich glaube, du hast ein gutes Bauchgefühl nach zwei, drei Tagen. Und wenn du an den richtigen Plätzen bist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre in Sarajevo, in einer Großstadt gewesen, hätte dort über Airbnb irgendwie im Hochhaus leben müssen. Da hätte ich dann, wäre ich nach zwei Tagen abgereist, hätte gesagt, Bosnien sieht mich nie wieder. Ja, es kommt darauf an, wo du hingehst in Bosnien. Also schau, wo möchtest du in Deutschland gerne leben? Wenn du am Meer leben möchtest, an der Nordsee, dann gehst du halt nach Südbosnien. Obwohl da wärmer ist wie an der Nordsee. Ja, aber da hast du das Meer in der Nähe. Wenn du halt eher so der Waldmensch bist, dann gehst du halt eher vielleicht nach Nordbosnien. Hast du gerne eine gute, funktionierende Infrastruktur in der Nähe, dann gehst du halt in eine kleinere oder etwas größere Stadt. Wie zum Beispiel Visuko oder in die Nähe von Sarajevo. Ja, und wenn du halt dich in Frankfurt City super wohl fühlst oder in Berlin, dann geh nicht raus in die Natur, sondern geh nach Sarajevo in den Stadtkern, wo der laute Trubel ist. Ist vergleichbar mit Berlin, da ist die ganze Zeit Action, Action, Action. Dort gibt es natürlich mehr Gewalt dann auch, da gibt es Hütchenspieler und so weiter. Aber ansonsten ist Bosnien mega sicher. Das ist eine schöne Überleitung zum Thema Testreise in Südamerika. Ich habe es nämlich immer so gehalten und das schon seit meiner Ostsee-Umrundung. Wo ich mich wohl fühle, bleibe ich länger. Wo ich es doof finde, ziehe ich weiter. Ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Und meine Testreise war für einen Monat geplant und es sind zwei daraus geworden. Komm, nimmst du noch diese Insel mit und hier und da und da ist auch schön und komm, hängst du noch eine Nacht dran. Und so habe ich mir dann ganz viel Zeit gelassen. Viele Menschen machen den Fehler, dass sie sich entscheiden für ein Land, geschweige denn für eine Stadt oder ein Haus, entscheiden, bevor sie einmal da waren. Ist einer der größten Fehler überhaupt. Wer sagt denn, dass jetzt Paraguay das Richtige für dich ist? Ja, kommt vorbei. Sicherlich ergibt es Sinn, die unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis, die CDU da mitzunehmen. Aber guck dir doch auch Bolivien an. Guck dir Brasilien an. Guck dir Argentinien an. Das ist alles schön. Und irgendwann wird dir das Herz sagen, bitte hierbleiben. Ich habe beobachtet, wann immer ich hohe Erwartungen hatte, war ich nachher enttäuscht. Panama habe ich mir in den Himmel gelobt, bevor ich losgeflogen bin. Nicaragua hatte ich super hohe Erwartungen. Ecuador hatte ich super hohe Erwartungen. Jedes Mal war ich enttäuscht. Von Guatemala habe ich einen Scheiß erwartet. Von Paraguay habe ich einen Scheiß erwartet. All die Länder, wo ich im Voraus, Kolumbien, was soll das schon sein, ne? All die Länder, wo ich im Voraus immer dachte, das wird bestimmt so richtig scheiße, war ich positiv überrascht. Da, wo ich mir dachte, boah, jetzt kommt was super Gutes, da war ich enttäuscht. Insbesondere Brasilien, Rio. Jawohl, das ist mein Jahreshighlight. Und deswegen mit bodenständigen Erwartungen herangehen, reiben lassen. Wenn du in Bosnien bist, kannst du ja auch mal Kroatien und Montenegro und dir Serbien anschauen. Kommst du eh dran vorbei. Also Serbien vielleicht nicht, aber durch Kroatien kommst du eh durch. Dann wirst du feststellen, Kultur ist ein bisschen anders. Preise, das Doppelte bis das Dreifache. Ja, dafür mehr, mehr. Triff deine Entscheidung. Aber auf jeden Fall ist eine Testreise, ist nicht nur an einem Ort zu bleiben. Und noch ein Punkt dazu, Frank, dann du wieder. Was ich bei mir auch festgestellt habe, ist, dass mein subjektives Empfinden, wie mir ein Land gefällt, auch total mit dem Wetter zusammengehangen hat. Ich bin in Ländereien für kurze Zeit und bin da halt in der Regenzeit rein und ich fand da sowas von doof da. Bin schon wieder weiter ins nächste Land. Ja, und dann war wieder eine sonnige Woche gewesen und auch war das schön gewesen. Und von so etwas darf man sich auch nicht blenden lassen und sollte dem Land oder der Stadt eben auch die Zeit geben, dass man da auch mal zumindest das gute Wetter mitgenommen hat. Genau. Wetter ist natürlich dann auch Kleidung wichtig. Ja, das ist selbsterklärend. Informier dich vorher darüber. Wie ist denn das Wetter? Ja, also hier ist das Wetter komplett unterschiedlich. Im Sommer ist hier warm, im Winter ist hier kalt und das halt konstant. Ja. Und was ich vielleicht auch noch empfehlen könnte, das hat weniger etwas mit einer Testreise zu tun, ist aber vielleicht erst mal speziell für die Leute, die auch auf Sicherheit gehen. Wir haben hier eine gute kleine Gruppe, der Stefan und Marei, die ein-, zweimal, dreimal im Jahr hier auch touristisch hinkommen und Touristenpunkte anfahren. Denen kann man sich anschließen, da kann man mit einem Pkw oder mit einem Flieger und dann in einer kleinen Gruppe von Deutschen kann man sich das alles anschauen und dann auch noch mal ein paar richtig gute Leute kennenlernen. Wäre vielleicht auch eine Alternative zur Testreise, wenn man das scheut, alleine das zu machen. Ja, weil viele trauen sich eher in einer Gruppe. Ich bin eher so der Typ, genau wie Roman, wir machen das halt alleine. Ja, aber so tickt ja nicht jeder. Jawohl. Frank, liegen dir noch Themen am Herzen, die wir ergänzen sollten? Ansonsten würde ich mit dir eine Zusammenfassung machen wollen. Machen wir eine Zusammenfassung und vorher einmal kurz. Mich findet ihr auf TikTok und in YouTube natürlich. YouTube, so geht auswandern. Und im TikTok frank-reis. Da zeige ich ganz, ganz viele Videos über Bosnien. Und reis mit Doppel-S, nicht wie Sushi. Genau. Genau. Also, wir fassen zusammen. Eine Auswanderung wird mit deutlich größerer Wahrscheinlichkeit ein Erfolg werden, wenn du vorher eine Testreise machst. Du wirst feststellen, wenn es dir überhaupt nicht gefällt, wenn du ein Riesenheimweh haben wirst, selbst wenn du andere Länder bereist haben wirst, wenn du ohne deinen Lieblings-Latte-Macchiato von deinem Lieblings-Fahrista nicht auskommst, dann lass es. Dann kannst du das mit einem sehr überschaubaren Budget. Kannst du es feststellen, du kannst mit einem Flugzeug nach Sarajevo oder eine andere Stadt reisen und dich dann dort mit Booking und Airbnb so ein bisschen durchschlagen. Das funktioniert. Und gerade wenn es Herausforderungen gibt, diese zu lösen, ja deswegen macht man doch das Ganze. Es ist wahrscheinlich noch ein bisschen schöner, weil, wenn du mit Auto fährst, weil die Schönheit eines Landes, die ist nicht unbedingt immer am Flughafen, sondern da, wo du mit Auto am besten hinkommst, dann sicherlich zu Fuß noch besser. Dann dauert es halt ein bisschen länger. Du wirst Grenzerfahrungen machen, weil die Kultur so anders ist und es dich erstmal überfordern wird. Die Sprache, aber alles das sind wichtige Erfahrungen und geht es letzten Endes nicht darum, im ganzen Leben Erfahrungen zu sammeln. Wenn du Bosnien für gut befunden hast oder den Gedanken des Auswanderern für gut befunden hast, vielleicht gefällt es dir so gut, dass du sagst, komm, ich muss gar nichts anderes mehr kennenlernen, dann bleib einfach dort. Das ist ein wundervolles Land. Vielleicht schaust du dir auch die Länder noch etwas an, die du auf der Durchreise sehen wirst. Warum nicht auch da ein paar Tage bleiben? Kommst ja eh dran vorbei. Wenn du sagst, okay, das war alles prima, aber ich habe Fernweh, ich will viel weiter weg, ich will palmen und die Palmen in Österreich haben mir nicht gefallen, dann bist du selbstverständlich herzlich willkommen in Südamerika. Ich empfehle hier in Argentinien oder Uruguay zu starten, fast noch am ehesten Uruguay, weil es das teuerste ist. Wenn es dann immer billiger wird, ist es noch schöner. Die südlichen Länder, Chile, Argentinien, Uruguay, sind so europäisch, da fällst du optisch schon mal gar nicht auf. Und es ist auch noch sehr kontrolliert gesittet. Es ist nicht ganz so das Chaos. Solche Länder in der Mitte wie Paraguay, Peru, Brasilien, südliches Brasilien ist da halt so ein Mittelding und in der Karibik hast du dann die vollständige Anarchie. Da ist das komplette Chaos. Sowas wie Kolumbien, das ist kein Einsteigerland. Das machst du bitte nicht am Anfang. Auch in Südamerika solltest du dir unterschiedliche Länder anschauen. Keine Sorge wegen der Sprache. Das funktioniert mit einer App alles recht gut. Und was du auf jeden Fall tun solltest, ist, dass du dich in eine Lage versetzt, im Ausland Geld zu verdienen. Weil wie willst du denn so lange reisen können, wenn mal irgendwann das Konto leer ist? Und dort verweise ich gerne nochmal auf unseren Online-Kurs 20 Wege im Ausland Geld zu verdienen. rausabend.de und dann der Slash mit Info rausabend.de-info und wenn du dich hier einträgst, findest du 20 Wege im Ausland Geld zu verdienen. Die funktionieren, aber nicht für jeden funktionieren. Und am Ende von diesem Kurs stelle ich auch noch die Akademie für digitales Arbeiten vor. Online-Manager werden gesucht. Abschließend von meiner Seite, wenn du es versucht hast, auszuwandern, wenn du eine Testreise gemacht hast, dann bist du ein Gewinner. Es gibt Leute, die sagen, naja, wenn das mit dem Auswandern nichts war, dann habe ich doch irgendwie Zeit verloren und ich fühle mich da als Versager oder als Verlierer. Nein, du bist ein Verlierer, wenn du es nicht versuchst. Du bist ein Verlierer, wenn du in deinem wahren Wohnzimmerchen oder wahrscheinlich mittlerweile sogar kalten Wohnzimmerchen sitzt bei den heutigen Geizpreisen und immer nur hätte, konnte, wälte, würde, nur immer nur träumst, 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 aber es nicht einmal versuchst. Wenn du sagst, jawohl, ich probiere es zumindest mal aus für einen Monat, für zwei Monate, vielleicht für ein ganzes Jahr, dann bist du um Erfahrungen reicher, kannst deinen Kindern und deinen Enkeln Geschichten erzählen. Du kannst stolz auf dich sein, weil du genau das getan haben wirst, wozu das ganze Leben da ist, nämlich Erfahrungen sammeln. Deswegen kann ich dir nur raten, reiß dich zusammen, raff dich auf, sieh zu, dass du online arbeiten kannst, ab ins Auto nach Bosnien, solange wie du Lust hast und dann freue ich mich über persönliches Kennenlernen, auch in Südamerika. Ja, Frank, damit zu dir. Ja, wenn ich entscheide, es auszuwandern, komm in den Auswanderer-Stammtisch raus, abend.de und da kannst du auch gerne mit mir unter, in kleinen Gruppen kannst du mit mir persönlich sprechen, dann können wir über deine persönliche Testreise sprechen, ich werde dir deine Fragen beantworten, ansonsten gerne auch Fragen hier in die Kommentare, ich werde das natürlich weiter beobachten und Antworten geben, nach bestem Wissen und Gewissen. und mein abschließendes Wort ist, du hast kein Ersatzleben im Kofferraum oder sonst irgendwo liegen, du hast nur ein Leben, lebe dein Leben so, wie du es willst und nicht, wie es jemand anders will. Ja, genieß die Freiheit, die du hast. Das ist so schön, in Freiheit geboren zu sein und in Freiheit leben zu dürfen und das können die allerwenigsten Menschen auf diesem Planeten. Jawohl, wunderbar. Also, herzlich willkommen beim Rausabend, rausabend.de sowie der Videokurs nur ohne das Info und es gibt auch regelmäßig Gruppen, die von Deutschland aus nach Bosnien fahren, zum Beispiel am 17. Oktober wieder. Je nachdem, wann du dieses Video siehst, könnte es einen neuen aktuellen Termin geben. Deswegen, komm vorbei, rausabend.de jeden Sonntag ab 20 Uhr in der deutschen Zeitzone bis mindestens Mitternacht. Ja, da freuen wir uns beide, Frank und ich und alle anderen, freuen uns, wenn du dann einmal hier dabei bist. Wir sind jetzt mit knapp 20 Teilnehmern und dann sage ich hasta luego bis zum nächsten Mal Sonntag 20 Uhr auf rausabend.de ohne Anmeldung und natürlich gratis.